Moin moin Leute, ich bin's, euer Eikostja. Ich hab momentan so eine kleine, wie sagt man, Aufnahmenblockade. Deswegen bin ich jetzt öfters auch auf Twitch unterwegs, weil da kann ich dann irgendwas streamen, wo ich gerade Bock drauf hab. Ich könnte es natürlich auch aufnehmen, aber irgendwie ist da eine Blockade momentan. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach, wie sagt man, nicht genug Leute zugucken, nicht genug Abonnenten da sind. Und natürlich muss man Abonnenten nur erreichen, dadurch, dass man neue Videos macht. Aber ich glaube, dadurch entsteht auch diese Scheißblockade momentan. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Ich bin jetzt auch gerade dabei, ein bisschen Geld beiseite zu packen für ein neues Mikrofon, weil die Tonqualität von diesem Mikrofon, weil das einfach vom Headset das Scheißteil ist, ist nicht gerade die geilste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte gerne eine bessere Qualität haben für mich und natürlich auch für euch, damit eure Ohren nicht immer bluten, wenn ich da mal am Labern bin, wenn ich eine Aufnahme mache. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Auch die Leute, die jetzt neu abonniert haben, sich dann wundern, oh mein Gott, warum liegt denn der jetzt nichts mehr hoch? Das ist schon eine Woche her, wo er das letzte Mal was hochgeladen hat. Bitte habt Verständnis, ich werde bald auch wieder was hochladen, so ist es nicht. Aber ich möchte aber erst mal am liebsten das neue Mikrofon da haben, Standmikrofon. Bin aber noch am gucken. Also, falls ihr irgendwie wisst, ey, ich kenne da ein super Mikrofon, ein super Großmembran oder ein super Standmikrofon, was richtig geile Qualität hat, vom Preis nicht unbedingt auf 300 Euro hochgeht und das würde komplett reichen, schreibt es euch mal unten in die Kommentare. Würde mich freuen, mal was von euch zu hören. Und ich würde schon sagen, das war es schon wieder. Und reingehauen. Peace.